Raketen-Game. Hier hat's nur unfassbar viel Leben. Ich glaub... Nein, das sind keine Raketen. Das war irgendwas anderes. Dämp-dämp-dämp-dämp-dämp-dämp-dämp-dämp-dämp-dämp-dämp. Yay, gefunden. Es war ein Haufen. Alright. Oh yeah. Heb dir das auf! Nee, es werden viele. Kannst du das nicht ein bisschen früher sagen? Hebe dir das auf, es werden viele. So. Where are you? Are you ready to rumble, Mr. Freeman? Oh, hier geht's runter. Yes, Mr. Freeman. If they would show up, this bastard. Wollen sie aber irgendwie nicht. Ich geh runter. Ich höre die Gegner. Juhu, der... Da sind sie. Ich komme! Fresst! Stirft! Ich hab ne Granate reingeworfen, der wird sterben. Oh du Penner. Warte, ich geh mit der Schrotflinte runter. Hab ich grad gemacht. Ach, komm, hier noch mehr. Ich renn grad runter. Ich auch. Ich renn mal ganz runter. Oben ist das Ding. Oben ist das Ding. Oben ist das Ding. Wer da, bin hier, bin hier. Wo, wie, warum? Hoch rennen. Okay. Einen Tacken schneller. Gott, ist das anstrengend. Da rennt man hoch, wieder runter und wieder hoch. Gib mir doch mal ne Pause, verdammt. Jetzt ist es kaputt. Oder auch nicht. Und es hat nichts gebracht, weil die alle getroppt sind. Getroppt. Getroppt. Ich schieß einfach auf sie. Das hat's nicht so gebracht. Schön, dass wir beide am gleichen Ort zielen. Mann. Den wollte ich doch killen. Da, 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 da. Ich hab' leid. Ich hol' kurz Munition. Warte auf mich. Beeil dich. Bin hier da her. Hab's, hab's, hab's. Das war awesome. Fuck you. So, schnell Munition holen. Bevor noch mehr kommen. Jetzt kommen grad mehr. Ja, es sind ja nur zwei Stück. Passt schon, passt schon. Schieß. Die brauchen noch nur drei Schüsse, oder? Nein, die brauchen irgendwie mehr. Die brauchen sie. Dann müssen, können wir das bisschen koordinieren, verdammt. So, so, so. Nimm, die Munition. Penner. Wie viel hast du schon getroffen? Wow, okay. Das ist böse. Triffst du mal? Haaa. Sehr gut. Keine Munition. Fuck you. Ich wohg grad von irgendwas getroffen. Alles ruhig. Nicht mehr lange. Hör mehr. Ich hör auch mehr. Wo seid ihr? Wir wissen, dass ihr hier seid. Hi, Doc. Was machst du hier? Wer bist du? Der hat dir Leben gegeben, der Penner. Irgendwie nicht, nee. Geh mir leben. Ich schau mal nach unten. Geh weg. Och, Sanitätstyp. Du bist im Weg. Ach, ich habe ihm in den Rücken geschossen. Was machen wir da? Ich folge ihm einfach mal. Ah, hier ist irgendwie irgendwas zum Drücken. Ah, der drückt jetzt irgendwas, was ich vermutlich nicht drücken kann. Er hat irgendwas gedrückt. Vermutlich den Leuchtturm. Ich habe einen Weg gefunden, glaube ich. Wow. Wo kam der her? What the hell? What the hell? What the hell? Ich schwör dir, der hat gerade gespawnt hier. Der hat gerade mein Auto geklaut. Tenner. Der ist weg. Ich hatte gerade random gespawnt. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden, Mr. Freeman. Ich hätte das nicht tun sollen. Moment. Bin gleich da. This is bad. Ach nee, du sagst. Head, 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 dings, craps und so, ne? Hi. Schön, dass du bei mir spawnst. Indeed. Das ist schön. Das sieht nach Ladezone aus. Oder auch nicht. Ich sehe weniger. Ja, doch. Okay. Du hattest recht. Ich hatte Unrecht. Ich hatte es zum ersten und letzten Mal von mir. Es ist 8 Uhr. Es ist fast perfekt, um mal wieder aufzuhören. Aber es macht Spaß. Ja. Schauen wir noch, was kommt. Gut, 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 gut. Das hängt sich bei mir gerade so ein bisschen auf. Finde ich schön. Ich glaube, ich kann fliegen. So, jetzt. Ich glaube, ich kann den Himmel touchen. Hm, dieses I believe I can fly. Können wir auch zweideutig verstehen, dass du vom Server fliegst. Oh, hä. Willst du das also wirklich singen? Wer ist das? Ist das Steve? Nicht weiter gehen. Komm, wir hören auf hier. Warum? Weil es hier lauter neues Zeug gibt. Awesome. Oh. Ja. So, dem Typ kurz helfen, jetzt ist gut. Meinst du nicht auch, Mr. Freeman? Ja, Dr. Freeman, komm. Gehen wir in ein hohes Eckchen. Ins dunkle. Genau. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ah, ist eine schöne Aussicht. Aber im Dunkeln ist doch gut munkeln. Das sagst du nicht nochmal. Das sieht immer so aus, als würde ich deinen Kopf... Das sieht so aus, als würde ich deinen Kopf zerfetzen. Gleichfalls. Okay. Wir sind fertig hier fürs Erste. Feuer. Wollen wir zum Abschluss hier Bungee Jump ohne Bungee machen? Wuuu. Das war nicht so gemeint. Dass wir gleichzeitig springen und uns zu Twists verabschieden und so. Moment, ich bin gleich da. Warum sehe ich nur schwarz? One in Connection Problem. Das finde ich awesome. Okay, damit würde ich sagen, sind wir fertig hier. Das passt doch perfekt. Ein bisschen. Mit einer Fehlermeldung. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.